Hallo und herzlich willkommen bei The German Refugee. Du kennst mich vielleicht, wenn noch nicht, umso schöner, weil dann investierst du ab heute in dich selber. Du hast es wahrscheinlich mit einem Narzissten zu tun gehabt. Wenn du das noch nicht ganz genau weißt, schau gerne auf meinem Kanal rum. Aber heute geht es um die fünf Methoden, wie dich ein Narzisst manipulieren kann. Das ist sehr wichtig für dich. Dieses Thema wird in der Schule nicht gebracht. Die Leute werden nicht unterrichtet über sowas, aber wir haben es immer mehr mit Leuten zu tun, die vorgeben, was zu sein, was aber falscher gar nicht sein kann. Dann überlege, der Narzisst trägt eine Maske, die perfekt auf dich zugeschnitten war. Das heißt, diese Illusion, der du jetzt hinterher rennst, die hat es nie gegeben. Der Narzisst war nie da, er war nie präsent. Du wirst dich genauso gefühlt haben in dieser Beziehung. Er war nie da, er war nie präsent. Lass es einfach mal für eine Minute auf dich wirken, diesen Satz. Aber wenn du mal überlegst, diese Maske wurde auf dich geschneidert. Diese Maske saß nur wegen dir. Diese Maske passt bei keinem anderen. Diese Maske warst du. Diese Maske war aber all das, was dich ausmacht, all deine guten Eigenschaften und deine Hobbys, alles, was dich ausmacht. Und deswegen ist es so schwer, diese Person loszulassen, weil du genau gedacht hast, hey, Yin zu dem Yang und so. Aber nichts könnte falscher sein. Diese Maske passt bei keiner anderen Person. Nur auf dich hat sie gepasst. Und er hat sie weggeschmissen, genauso wie er dich weggeschmissen hat. Also braucht es keine Sekunde mehr, an diese Person zu denken. Die muss raus aus deinem Kopf. Informier dich mal ein bisschen über das Thema Traumaband, weil aus dem Nebel müsstest du mittlerweile ja raus sein. Das hoffe ich für dich. Wenn nicht, dann bin ich weiterhin für dich da und schaue dich auch gerne um, um mehr Antworten zu finden. Das sage ich nicht, um mich selber zu pushen, sondern um dich zu pushen, um dich vorhandzubringen und um euch alle weiterzubringen. Denn kein Mensch hat eine Sekunde in so einer Beziehung verdient. Und das habe ich dir schon oft gesagt. Also fühl dich gedrückt, lehn dich zurück und hör mir heute ganz genau zu. Die fünf Methoden, wie dich der Narzisst manipulieren kann. Darum soll es heute gehen. Also starten wir doch mal direkt rein in das Thema, oder? Hast du Zeit? Schön. Punkt Nummer eins, die Kommunikation. Ist völlig logisch. Sobald er Kontakt zu dir hat, sobald er mit dir reden kann, weil du noch keinen No-Contact gemacht hast, kann er mit dir reden. Und solange du in dieser Beziehung bist, hat er mit dir reden können. Klar, du hast ihm nicht ausweichen können. Du wolltest ihm aber zu diesem Zeitpunkt auch nicht ausweichen. Du hast es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gewusst. Geh bitte mit dir selber hier gar nicht hart ins Gericht, denn du konntest es nicht wissen. Dieses Thema wird in der Schule nicht gelernt und deswegen bin ich hier. Damit dieses Thema Publikum wird und größer wird. Ja, und viele mögen sich vielleicht auch schon getriggert fühlen, so, ja, ich habe doch jetzt schon so und so viele Videos gesehen. Wie viele soll ich denn noch sehen? Ja, das Thema ist leider umfangreich. Aber ich werde es dir erklären. Wenn er mit dir reden kann, dann kann er dich manipulieren. Dann kann er dir Sachen erzählen. Dann kann er seine ganzen Fehler auf dich projizieren. Hast du sowas schon mal gemerkt? Schreib mir das gerne in die Kommentare, wann der erste Punkt war, wo du gemerkt hast, hier ist ein völlig falscher 50er am Start. Das ist sein Problem. Das ist nicht mein Problem. Was mache ich jetzt damit? Ich habe doch jetzt schon genug Ballast mit dieser Beziehung hier. Eine Beziehung, die ich mir eigentlich nie gewünscht habe. Aber irgendwie kann ich nicht loslassen davon. Und genau da bringt der Narzisst dich durch Worte hin. Du musst auf dich selber schauen. Du musst schauen, dass du selber wieder klarkommst. Ich bin kein guter Umgang für dich. Was heißt das für dich? Ja, du musst mehr investieren. Natürlich, diese Frau will bestätigt werden. Aber nicht nur diese Frau, auch dieser Mann will bestätigt werden. Sie leben von Bestätigung. Das ist der Punkt. Das ist der Treibstoff. Und denen hast du ihm lang genug gegeben. Sie wollen bestätigt werden. Das muss 24-7 stattfinden. Sonst muss sich der Narzisst letztendlich selber anschauen. Und das ist kein schöner Ort. Aber Leuten, denen es schlecht geht, die wollen Gesellschaft. Deswegen will er dich runterziehen. Aber wenn er alleine miserabel drauf ist, das bringt da keinem was. Das kriegt da keiner mit. Und dann kriegt er auch kein Mitleid. Das heißt, die Drama-Queen wohnt jetzt in deinem Haus. Kann auch ein Mann sein. Klar. Ich rede bloß aus der männlichen Perspektive, weil ich es mit einer Frau zu tun hatte. Kommunikation. Da fangen wir doch schon mal an mit den ganzen Red Flags, die du am Anfang ignoriert hast. Geh bitte auch hier nicht zu hart mit dir selber ins Gericht. Du konntest es nicht wissen und ich selber, ja, ich werde es dir egal erzählen. Wenn dir am Anfang eine Person gleich am Anfang sagt, wenn du an mir irgendwas merkst, was mit Narzissmus zu tun hat, dann musst du mir das unbedingt sagen. Ja, das war wohl die aller, allergrößte Red Flag, die ich mir in meinem Leben vorstellen könnte. Sie hat es quasi gesagt. Das Thema war schon mal auf dem Tisch. Aber ja, so ist man halt am Anfang. Sie hat sich bei mir gemeldet, so von wegen, ich habe heute keinen zu reden, es ist ein schönes Wetter, wollen wir nicht, du kannst aussuchen, wo wir hinfahren so ungefähr, treffen wir uns. Ich dachte mir, warum nicht, ist eine sympathische Person, hat mir immer große Augen gemacht und diese großen Augen kennst du auch. Und ja, auf einmal saß man da und hat sämtliche Red Flags ignoriert. Schlechtes Verhältnis zu den Eltern, schlechtes Verhältnis, also kleiner Freundeskreis. Schon zigmal umgezogen. Und hier denkst du dir, ja, mein Leben ist auch nicht ideal verlaufen. Kennst du den Punkt? Mein Leben ist auch nicht ideal verlaufen. Ich habe so viele Baustellen. Und hier solltest du dein Elternhaus mal hinterfragen. Bist du vielleicht in einem toxischen Elternhaus groß geworden? Bist vielleicht du deswegen jetzt an solche Leute geraten, weil du es kennst? Weil du so ein Verhalten kennst, aber es nie zuordnen konntest? Ich würde zu diesem Fall, wo wir uns das Elternhaus gemeinsam mal anschauen und gemeinsam gerne auch mit mehreren Videos aufbauen. Also uns beide, wir arbeiten das auf, wir schauen uns das an und dazu brauche ich euch, die Community. Wenn ihr da Lust habt, bin ich gerne dabei, weil das Elternhaus ist, ich kann es dazu keine Studie bringen, aber ich sage mal zu 70, 60, 65 Prozent auf jeden Fall der Grund, warum du heute diese Person kennengelernt hast oder schon mehrere Personen kennengelernt hast. Aber du hast jetzt ein Trauma, ich habe ein Trauma und gemeinsam können wir daran arbeiten. Denn ich bin schon ein Stück weiter als manche. Ich habe aber auch viele auf dem Kanal, die auch schon weiter als ich sind. Das heißt, wir lernen untereinander, tauschen uns aus und somit sind wir eine wunderschöne Community. Ich will dir nebenbei ja auch gar nichts verkaufen. Ich will, dass es uns allen als Gemeinschaft wieder besser geht und dass wir uns alle wieder aufstellen. Kommunikation. Der Narzisst hat seinen Lebensinhalt darin, Bestätigung zu suchen. Er ist die ganze Zeit unterwegs, deswegen hat er verschiedene Smartphones. Kennst du das? Er geht mit seinem Handy aufs Klo. Kennst du das? Und er dreht sein Handy immer wieder um, macht Flugmodus rein und du denkst, es ist eine romantische Geste, wenn die Partnerin das Handy auf Flugmodus macht, damit ihr gemeinsam Quality Time haben könnt. Aber nichts davon ist romantisch. Du sollst bloß nichts von ihrem Doppelleben, das sie wahrscheinlich hat, mitkriegen. Kennst du das? Naja, aber der Narzisst hat das als Lebensinhalt und deswegen weiß er auch, wenn er mit dir so redet, dann beobachtet er dich. Wie reagierst du? Hältst du Pausen? Hinterfragst du diese Sachen? Schluckst du diese Sachen? Verstehst du, was er eigentlich damit meint? Ja, weil oft werden Aussagen gebracht, die meinen eigentlich eine viel dunklere Sache. Eine ganz andere Sache und bedeuten für den Narzissten eine ganz andere Sache als für dich. Aber du bist schon in einer gewissen Hinsicht abhängig gemacht worden. Du hast diese Person mittlerweile auf ein Podest gestellt. Hier kommt auch dein Helfersyndrom rein. Diese Person wird dir alles Mögliche erzählt haben, was in ihrem Leben bis jetzt schiefgelaufen ist. Und ja, du hast Parallelen. Bei dir ist auch viel schiefgelaufen und du denkst, du bist ziemlich weit. Und deswegen kannst du dieser Person helfen. Und genau deswegen war ich auch da. Genau deswegen war ich da, wegen nichts anderem. Diese Person hat mir eigentlich nichts gegeben. Aber ich dachte mir, sie hat es einfach verdient, eine normale Beziehung kennenzulernen. Normale Gefühle, normale Menschen und einen normalen Umgang und Beständigkeit. Aber du kriegst in so einer Beziehung keine Beständigkeit. Und du kriegst auch kein klartes Ende. Kennst du das? Bei jedem Kennsterlis könnt ihr heute gerne einen kurzen trinken. Bin ich gespannt, wo er am Ende dieser Folge landet. Ich würde dann wahrscheinlich nicht mehr stehen können. Auf jeden Fall hat dich der Narzisst vor der Beziehung beobachtet. Währenddessen, auch beim Schlafen, bei allem, was du machst, deine Gewohnheiten. Er hat dich gelesen und du warst wahrscheinlich sogar ein offenes Buch, weil du in dieser Situation, im Englischen sagt man, you put your guard down. Also du hast deinen Schutzmechanismus runtergelegt, abgelegt, weil du dieser Person vertraut hast. Deswegen hast du wahrscheinlich dieser Person auch viel erzählt und sie wusste ganz genau, welche Fragen sie dir stellt. Welche Fragen sie dir stellen muss, um diese Info über dich zu kriegen. Um so und so dein Verhalten zu erklären. Diese Person hat dich studiert, sie hat dich ausgelesen. Und das hört auch nie auf, weil es muss ja so lang wie möglich an diese Maske geglaubt werden. Aber wenn dich eine Person so intensiv verfolgt und so intensiv beobachtet, studiert, liest, dann weiß sie auch ganz genau, wie sie dich kommunikativ dahin bringen kann, wo sie will. Und das ist ihr Ziel. Eigentlich runter auf ihr Level und nimmt dir all das weg. Und das schon durch die Kommunikation, was dich ausmacht. Deine Lebensfreude. All das bis zu deinem Kontostand. Viele sind auch auf Geld aus. Kennst du das? Er schafft es natürlich auch gar nicht zu kommunizieren. Silent Treatment. Mit Stille bestraft werden. Wegen nichts. Kennst du das? Ja? Du hast vergessen, die Milch mitzubringen beim Einkauf. Da kannst du mal schnell zwei Tage lang, als hättest du irgendeinen Krieg angefangen. Aber der Krieg ist durch Stille. Du bist durch Stille bestraft und was machst du dann? Du investierst mehr. Du investierst mehr in diese Person, die deinen Untergang bereits geplant hat. Sie redet mit jeder anderen Person außer mit dir. Mit dem Briefträger, mit dem Nachbarn, mit dem Coworker, mit allen Leuten außer mit dir. Und da ist sie auch die Freude des Lebens. Und damit will sie dir zeigen, dass du schuld an irgendwas bist, was du vielleicht gar nicht weißt. Damit will sie dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst. Also in ihren Augen. Du solltest hier gar nicht mehr sein. Aber ich will dir erklären, warum du da warst. Das ist der Punkt. Silent Treatment. Wer macht sowas? Das macht ein kleines Kind. Aber die schreien natürlich. Und das macht der Narzisst auch. Er schreit dich an wegen gar nichts. Du hast die falsche Erdnussbutter nach Hause gebracht. Sie wollte die cremige und nicht die mit Stückchen. Ja, sowas kann passieren. Aber das kann ein drei Tage langer Streit sein. Und indem sie sämtliche Verhaltensmuster, die du selber in dir hast und die dich selber an dir nerven. Und sie weiß sie ja. Triggern und sie wird sie ganz genau ansprechen. Und sie weiß ganz genau, dass sie dir damit den Garaus macht. Weil das sind deine verwundbaren Punkte. Das sind die Sachen, die du nicht hören willst. Das sind die Sachen, an die du nicht geglaubt hast. Das sind wahrscheinlich auch die Sachen, die du von deiner Erziehung, von deinem Elternhaus mitgenommen hast. Deine Selbstzweifel und all das, was da vielleicht noch ist. Der Narzisst weiß es. Du weißt es wahrscheinlich noch nicht. Also, Kommunikation haken wir hier mal ab. Allgemein, kommunizieren mit so einer Person genauso Hoover-mäßig. Wenn sie versucht, wenn sie mal schaut, ob in deinen Augen noch ein kleiner Funke oder sowas ist, akzeptiert niemals einen Hoover. Geht nicht zurück. Ab da akzeptiert ihr alles, was war und alles, was da noch kommt. Und es wird nicht besser. Ich kann es noch so oft sagen. Es wird nicht besser. Da sagst du nein oder du sagst gar nichts. Und du zeigst keine Emotionen. Kein Funkeln. Kein irgendwas. Wie ich am Anfang gesagt habe, die Maske war fake. Und diese Person hat es nie gegeben. Also weinst du auch nichts hinterher. Kennst du? Vertrau mir da bitte. Punkt Nummer zwei. Das ewige Warten lassen. Die Wartespiel eines Narzissten. Kennst du? Ja, die kennst du. Ein Narzisst erscheint nicht pünktlich. Ein Narzisst macht vielleicht auch gar nicht mit, wenn ihm diese Veranstaltung gar nicht gefällt. Er hat sie nicht geplant. Er hat sie nicht inszeniert. Er hat die Band nicht bestellt. Er hat die Musik nicht ausgewählt. Und ihm schmeckt sowieso kein Schnitzel. Weil es schmeckt ihm wahrscheinlich schon. Aber er hat halt wieder irgendeinen Grund, hier auszuflippen. Um einen kleinen Ragefit zu erfahren. Einen kleinen Wutausbruch. Ganz normal. Aber der Narzisst wird nicht pünktlich kommen. Er sieht sich nämlich ganz klar über dir. Und du bestimmst nicht seine Zeit. Und wie oft bist du dann im Auto gesessen, hast gewartet. Vereinbarter Ort irgendwo, wo er dich gemeinsam trefft, hast du gewartet. Und dann ist das Treffen vielleicht eine Stunde lang. Und du hast davor aber schon eine Stunde gewartet. Und normal bist du dann bei einer Person so, du, ganz ehrlich, warum? Naja, aber hier hast du schon wieder einen Wutausbruch. Du hast ihm gar nichts zu sagen. Du stehst unter ihm. Und du wirst auch niemals so gut sein wie er. Aber das sagt er dir nicht direkt ins Gesicht. Das sagt er dir verbal. Wo wir wieder bei Punkt 1 wären. Durch die Blume. Da musst du ganz besonders aufpassen, was er dir sagt, wie er es sagt und wie er es gemeint haben kann. Aber hier schaltet sich auch gerne dein Kopf ein. Und dann bist du im Overthinking. Und wenn du heilen willst von diesen ganzen Sachen, die jetzt noch in deinem Kopf feststecken, schreib mir das gerne in die Kommentare. Motiviert mich ein bisschen. Dann mache ich euch wirklich so gut es geht Videos, wo ihr dauerhaft und langfristig heilt. Das wird ein neues Format. Da wäre ich dabei, weil ich muss selber noch so einiges aufarbeiten. Und wir kommen doch auf so viel gemeinsam. Klopft euch alle mal gegenseitig auf die Schulter. Hier ist niemand alleine auf diesem Kanal. Und kein Mensch muss auf irgendwen ewig lang warten. Wenn dein Freund Bus fährt, Bahn fährt, ihr wisst alle, in Deutschland ist sowas gern mal verspätet. Sowas kann passieren. Aber dein Narzisst macht sich in der Regel erst fertig, wenn es schon soweit ist. Und wenn es eine narzisstische Frau ist, legt sie ganz besonderen Wert auf ihre Optik. Und dann braucht es halt mal drei Stunden oder vier Stunden im Bad. Aber du wirst auch gemerkt haben, die narzisstische Frau macht sich für dich nicht mehr so schön. Am Anfang ja. Ja, aber dann kommen so Sprüche wie, du musst mich ja auch so akzeptieren, wie ich bin. Und ja, ich akzeptiere jede Frau, die ich wirklich gern mag, die ungeschminkt daherkommt. Die auch bei Anlässen wie Sport oder so einfach ungeschminkt kommt, so wie es natürlich ist. Aber diese Person macht sich für dich nicht mehr schön, weil du schon am Haken bist. Sie macht sich für den Next oder für die anderen Supplies schön. Und dann wirst du solche Fotos auch in ihrem Status sehen. Und da macht sie dich nämlich auch fertig. Punkt drei, Social Media. Es gibt keine gemeinsamen Bilder von euch. Es gab nie gemeinsame Bilder von euch. Kennst du? Ja, diese Bilder gibt es. Diese Bilder gibt es aber auf deinem Handy. Und du postest sie nicht. Warum? Weil du dir denkst, sie postet sie auch nicht. Aber mein Freund, was ist das denn für eine Beziehung? Du bist eher der Bittsteller, ist vielleicht das falsche Wort. Aber du bist der Typ hinter der Kamera, der die Fotos macht für den nächsten Supply. Du machst deine Freundin hübsch, stellst sie ins schönste Licht, machst hunderte Fotos für den Next oder für die Leute, die während dir hier sind. Es ist eine absurde Welt, aber wenn du sie verstehst, dann kannst du dich schützen. Und Social Media und Kommunikation, das spielt alles mit rein. Ghosting. Kennst du? Entschuldigung, ich muss es als Satire sehen, weil diese Frau kann ich nur noch als Satire sehen. Ich verstehe jeden von euch, der ein hartes Trauma hat und ich habe es selber auch noch durch meine Erziehung. Aber diese Frau kann ich im Leben nicht mehr ernst nehmen. Deswegen muss ich teilweise so lachen, weil es auch so absurd ist. Und ich hoffe, du kannst auch irgendwann drüber lachen. Also verstehe mich bitte an diesem Punkt, wo ich gerade bin. Da kann ich nur noch lachen. Und nicht, weil es mir so schlecht geht, sondern weil ich auf dem Weg der Heilung bin. Was habe ich da alles mitgemacht? Du wurdest tagelang geghostet. Aber währenddessen ist deine Insta-Story geliked worden. Jede, sofort, instant. Du weißt ja, diese Person ist immer an ihrem Handy. Und ja, dann entblockst du dich einfach mal. Und dann entblockst du dich wieder. Und du spiegelst dieses Verhalten vielleicht. Aber du gibst ihr dadurch auch Nährstoff. Du gibst ihr Nahrung. Sie will das. Sie braucht das. Sie braucht deine Zufuhr. Positiv oder negativ. Das ist ihr völlig egal. Und sie lieben diese Social-Media-Spiele. Sie haben mehrere Accounts teilweise. Sie sind auf allen möglichen Single-Plattformen. Und was kommt dann? Ja, weil ich doch jetzt so lange keinen Freund gefunden habe. Haben sich meine Freundinnen eingeschaltet und haben mir ein Tinder-Profil erstellt? Nein. Also erstens, wenn mein bester Freund mir ein Tinder-Profil erstellt, dann wäre erstmal mal was los. Da hätte ich gar keine Lust. Ich war auf solchen Plattformen mal, aber das ist echt die Spielwiese für Narzissen. Kennst du? Da siehst du die ganzen Selbstdarsteller. Aber wenn ein Freund von dir deine Bilder nimmt und dich da anmeldet und dein Freund operiert das ja auch für dich. Klar, deine Freundinnen, die arbeiten alle für dich. Das sind erstmal die Flying Monkeys auf jeden Fall. Das sind alles Leute, die selber kein krasses Ego haben und auf diese Person reinfallen und diese Person sogar als Vorbild nehmen. Das meine ich überhaupt nicht überheblich, aber genau solche Leute sind das. Sonst wären sie ja nicht steuerbar, so manipulativ, wenn sie nicht steuerbar wären, wenn sie eine eigene Meinung hätten und hinter die Maske schauen würden, dann wären sie schon längst weg von dieser Person. Aber du bist der Mensch, der 24-7 dann mit dieser Person abhängt und noch viel mehr mitkriegt, weil du mit dieser Person viel mehr abhängst. Aber diese Social-Media-Spiele, das ist absurd. Das ist absolut absurd. Was habe ich da alles durchgemacht? Ich will das Thema gar nicht größer machen. Gehen wir weiter zu Punkt 4. Naja, dann der nächste Punkt. Deine Hobbys und deine Finanzen. Hast du schon mal gemerkt, wie deine Hobbys und deine Finanzen auf einmal plötzlich fast nicht mehr da sind? Kennst du das? Ich glaube schon. Und weißt du warum? Weil diese Person gibt ja vor, dich wirklich zu kennen. Deine Art und alle anderen kennen dich ja nicht. Und du bist ja eigentlich so gut. Hier willst du dich aber ganz klar kontrollieren und manipulieren. Das merkst du gerade. Und wenn sie dann sagt, ja okay, dann Skifahren kannst du vergessen. Du weißt schon, wie teuer das ist und alles mögliche. Und Klimawandel, so einen guten Schnee kriegen wir eh nicht mehr. Und wenn du dich verletzt, das würde ich ja nie verkraften, weil du bist ja mein Lebensinhalt. Und ja, dann lässt du das Skifahren einfach mal sein. Weil du meinst, das ist eine gute Sache für eine absolut toxische Person. Hier geh auch nicht zu hart mit dir ins Gericht. Du kannst deine Hobbys ja wieder anfangen. Es ist ja jetzt vorbei. Und ich wünsche mir für dich, dass du deine Kreativität und deine Hobbys alle wieder aufleben kannst. Da bin ich auch selber wieder dabei gerade. Ich bin wieder am Fotografieren und gehe raus in die Natur und genieße die Zeit mit mir selber. Aber warum macht ein Narzisst das? Punkt A, du hast mehr Zeit für ihn. Du lernst keine neuen Leute kennen. Du bist somit isoliert. Und dein Geld kannst du ja jetzt für ihn verwenden. Für das, was ihr macht. Für das, was ihr plant. Und ja, da habt ihr euch sicher schon eine Zukunft gemeinsam ausgemalt. Auch das kennst du. Und da gibt es genug Sachen, die nie so stattgefunden haben oder überhaupt nicht erst angefangen haben, die ihr euch gemeinsam ausgemalt habt. Gerne mit Beispielen in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Es würde mich interessieren, was so alles die krassen Pläne waren. Wir hatten ja auch. Will dich gar nicht erzählen. Alles gut. Und natürlich manipuliert dich der Narzisst auch, mit wem du so abhängst. Er studiert dein Umfeld. Er schaut, wer von denen könnte so schlau sein, ihn zu durchschauen. Somit hast du wahrscheinlich vielleicht zu ein paar Freunden oder zu ein paar Familienmitgliedern wenig oder weniger Kontakt als sonst mittlerweile gehabt. Er spielt dem Narzisst natürlich in die Karten, weil er schaut sich diese Leute an. Bedenke, es ist ein Lebensinhalt, Leute zu lesen. Und da will er auch, dass dein Freundeskreis entweder gar nicht mehr existiert, damit du völlig isoliert bist. Oder dass deine Freunde ungefähr die Flying Monkeys sind, die er selber an der Hand hat. Das heißt, Leute, wenig Selbstbewusstsein, schauen nicht hinter die Maske, glauben den Scheiß. Die darfst du behalten, aber die anderen nicht. Also, sag ich nochmal, kennst du, ne? Und jetzt ruf bitte irgendeinen Freund an, irgendeinen Verwandten, den du während dieser Zeit fast nicht mehr gesehen hast, der es aber gut mit dir meint und der dich auch verstanden hätte. Erklär ihm, was mit dir los war und dann geht es auch wieder weiter. Ich hoffe, du hast niemanden auf Dauer verloren. Das wäre diese Person absolut nicht wert, dass sie eine gute Person aus deinem Leben entfernt und gegen diese absolut toxische Person ersetzt. Und somit der letzte Punkt. Andere Menschen. Andere Menschen. Was könntest du dir darunter jetzt vorstellen? Diese Person flirtet vor deinen Augen. Sei es von mir aus mit Kollegen, im Freundeskreis oder wildfremde Leute. Du wirst merken, dass diese Person viel freundlicher und viel zugänglicher und viel netter ist, die perfekte Schwiegertochter oder der perfekte Schwiegersohn quasi, als zu dir. Warum tut sie das? Naja, du hast wahrscheinlich schon Eifersuchtsgedanken genug, indem du gemerkt hast, irgendwas läuft hier falsch. Du hast dieses Grundgefühl gehabt. Du hast dein Bauchgefühl ignoriert und all das, dein Instinkt. Und ignorier nie wieder dein Instinkt oder dein Bauchgefühl. Das hat in der Regel recht, weil dein Körper weiß, was mit dir los ist und dein Körper sendet dir Alarmsignale. Diese Aura von diesen Personen ist schon so. Aber sie flirtet und sie ist offen und sie wird dir erzählen, sie ist eine Extrovertierte und das ist einfach so ihre Art. Ich bin so und du musst mich so akzeptieren, wie ich bin. Und auch hier ist die Falle. Du denkst dir vielleicht, ich bin eher introvertiert, aber vielleicht werde ich ein bisschen offener durch diese Person. Und dann stehst du halt daneben, während deine Freundin mit einem anderen flirtet. Ja. Und anstatt, dass du jetzt die Beine in die Hand nimmst und läufst und auf No Contact gehst, was die einzige Lösung ist, nö, dann investierst du mehr und mehr und mehr und mehr. Und es geht weiter in den Abgrund. Und wie es weitergeht, muss ich dir dann gar nicht sagen. Das wirst du erkannt haben, gesehen haben oder erlebt haben. Wenn nicht, schau dich gerne auf meinem Kanal um und ich schreibe dir auch auf jede Frage, die du hast, in den Kommentaren zurück. Ich werde alle Fragen beantworten. Und das mache ich immer so, denn hier ist niemand alleine. Das waren jetzt mal die fünf Taktiken, wie du manipuliert wirst. Und da gibt es noch so einiges zu besprechen. Die ganzen Red Flags und alles, dass du sowas nie wieder kennenlerst. Wie gesagt, ich werde mir so eine Art Heilungskurs selber überlegen, wie wir das machen. Schreib mir das gerne auch in die Kommentare, wenn du dabei bist. Sag mal, ab zehn Teilnehmer bin ich dabei. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, wo auch immer du bist. Mach dich nicht selber fertig. Dieses Schuldgefühl kannst du vergessen. Du bist darin gelandet. Du kannst es nicht mehr ändern. Die Vergangenheit ist vorbei. Das Einzige, was wirklich schlimm war, ist, wenn dir diese Person fremdgegangen ist. Und da hättest du sofort gehen sollen. Egal, was diese Person für einen Stellenwert in deinem Leben hat. Sowas ist nicht akzeptierbar. Und sowas werde ich auch nie wieder mitmachen. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Respekt vor der nächsten Beziehung. Wie du vor der nächsten Beziehung aber gewappnet sein kannst, nach so einer Sache, das werde ich dir genau hier verlinken. Somit schau dir dieses Video an, was ich jetzt gleich hier einblende. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache. Bis dann. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020